Wir haben jetzt hier im Juni eine neue Kollektion. Die haben wir jetzt hier draußen aufgebaut. Heute ist der Sonnenstand ganz gut. Da haben wir eine Landschaft mit diesen Kreisfragmenten. Hier neben auch zwei neuere Arbeiten. Man kann übrigens die Arbeiten wieder drehen und dann nach Geschmack aufhängen. Man sieht, dass die Kugelsphären sehr dicht beieinander sind. Das musste ich mal ausprobieren vor einem etwas vielleicht unruhigen Hintergrund. Das übrigens sind die neuen Stählen in unterschiedlichen Formaten. Hier auf diesen Stählen möchte ich nochmal darauf hinweisen. Da gibt es so einige Texte von mir. Die kann man auch auf der CD anhören. Auf meiner kleinen Musik-CD. Dann eben die Stählen in unterschiedlichen Formaten. Bis 18x1,50 und sogar bis 2 Meter. Und hier haben wir ein Querformat. Das heißt übrigens Solaris Nummer 2. Die Bewegung der Sonne. Das ist mal so ein Versuch, so Farbbahnen ganz dezent auf diese Horizontale zu bringen. Und hier haben wir die zwei Hochformate. Das sind auch zwei neue Arbeiten. Die nenne ich immer so Mondvisionen oder Seemond 1, Seemond 2. Ja, wie gesagt, das Licht ist heute gut. Man kann die Farben doch sehr, sehr gut heute erkennen. Das ist einmal ein Glücksfall, dass wir keine Bedeckung haben am Himmel.